Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Königsmacherfreunde, zu MajestyGoldHD. Ja. Heute ist der traurige Tag dieses Let's Plays. Der Tag, an dem ich gezwungen bin, Cheats zu benutzen. Weil ich diese Mission einfach nicht schaffe. Ich meine, ihr habt mir schon lange genug zugesehen. Ich war am überlegen, ob ich sie einfach offscreen machen soll, aber dazu hatte ich irgendwie auch keine Motivation. Außerdem wollte ich, dass ihr miterlebt, wie ich sie irgendwie schaffe. Ja. Deswegen, da das die letzte Quest ist, die uns von den beiden Masterquests trennt, werde ich es heute mit Cheats machen. Ich werde jetzt erst einmal versuchen, nur einen einfachen Cheat zu benutzen, nämlich die Karte aufzudecken. Wenn das nicht klappen sollte, also wenn das nicht reichen sollte, werde ich mir ein bisschen Gold hercheaten, im zweiten Versuch. Und wenn der auch nicht klappen sollte, dann cheate ich mir einfach den Sieg her. Das kann ich nämlich auch. Ich habe nach dem Cheat kurz geguckt. So, Start Quest. Jetzt am Anfang brauchen wir nun erst mal noch nicht. Aber jetzt kann ich ihn dann benutzen. Nämlich... Treffe... ...Pleaschen. Und schwupps, wir sehen die Map. Da ist ein Barrow, da ist eins, da ist eins, da ist nur ein Castle. Da ist ein Barrow und da oben ist ein Barrow. Wir sehen also jetzt alle Barrows. So, und unsere Helden sind schon mal gut unterwegs. Das heißt, wir können uns Ranger-Gilde sparen. Wir können zum Beispiel gleich mal eine Wursachgilde bauen. Dann bauen wir als nächstes ein Inn. Damit wir eine Elfen-Launch bauen. Können. Können. Mehr Gold, Ihre Majesty. Tax-Kollektor. So. Also, wie es aussieht, wenn wir das Barrow da unten weg haben, können wir in die untere Richtung mit, ähm... ...Trading-Posts expandieren. Zwei Stück. Und den letzten Marktplatz, den packen wir da oben irgendwo hin. Der dürfte ja hier neben dem Source-Wars-A-Boat Platz haben eigentlich. Das hoffe ich ja auch, weil ich brauche die Elfen für mehr Geld. So, ihr sammelt nix unter 200 mehr ein. Tax-Kollektor. Du. Da wir ja alles aufgedeckt haben, können wir uns auch... ...eher auf, äh... ...Doros und Agrella konzentrieren. Tax-Kollektor. Also die ersten zehn Tage werde ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, mein Königreich aufzubauen. Achja, die wollte eine Elfenlaunch bauen. Das heißt, ich kann da unten nämlich auch einen Outpost hinbauen und den dann von, äh, und dann da Tradingposts hinsetzen. Also später, wenn es soweit ist. So, als nächstes brauchen wir den Doris-Tempel. Na komm, den produziere ich nach. Warum auch immer ihr meint, ihr müsstet da hinten kämpfen. Hm. Warum auch immer niemand Bock drauf hat, sich, äh, auf mein Boot aufzupassen. Dann machen wir einfach mal die Ratte weg. Da kommt ein Goblin-Angriff und, wow, guckt euch mal an, was hier los ist auf der Map. Hier kommen überall Goblins jetzt her. So. Dorvus. Genau, bringt Geld. Den da loswerden könnte etwas anstrengend werden. Jetzt nicht mehr. Sovereign. A building has been upgraded. Ja, die Elfe hat gerade eben gegen... Der da verloren. Sovereign. Your marketplace now serves you better. I serve with pleasure. Ja, die Goblins nerven gerade. Ganz schön. Ja, und der Steingolem ist halt ein Problem. Ich brauche dringend einen Paladin hier. In der Name des Sovereignes. So, Paladin. Und von mir aus auch ne Mönch. Ja, das Problem ist, wenn der Goblin mal trifft, dann macht er böse Schaden. So, jetzt der dritte Marktplatz. Da ist das Geld für den Marktplatz, hoffe ich mal. Nein, noch nicht ganz. Tja, niemand ist so mutig wie meine Wachen. Ach ja, und ich könnte den Leib gebrauchen. Und ich könnte den Leib gebrauchen. So. 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 So im nächsten Schritt müssen wir das Ding ausbauen. So. 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 Marktplatz ausbauen. So. 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 Ich sollte langsam gucken, dass ich das Bauer da unten loswerde. Okay. So. Bei der innen. Dann platzieren wir noch einen in, hier oben. Ich hab nicht... Ich hab grad wieder das Problem, dass wir zu viele Rockgolems in meiner Base rumwuseln. Ihr Highness, unsere Forschung in der Bibliothek ist complete. Geht!